Guten Tag und herzlich willkommen zu Sackblos, dem Sackblos Adventskalender, der euch quer durch meine wilde DVD-Sammlung führt. Die ersten beiden, in Anführungszeichen, Türchen des Adventskalenders, da hatte ich ein ganz gutes Händchen bewiesen. Mal schauen, wie es heute wird. Dann gruschen wir gleich mal los. Achtung und es wird... Cocktail für eine Leiche Haha, das ist mal was ganz anderes jetzt. Cocktail für eine Leiche ist von Alfred Hitchcock und der Grund, warum ich diesen Film überhaupt besitze, ist, dass ich mal in sehr jungen Jahren an einem Amateurtheaterstück teilgenommen habe, in dem wir quasi diese Geschichte von Alfred Hitchcock als Bühnenstück nachgestellt haben, in dem ich den Inspektor mimen durfte. Ach ja, damals, schön war es. Der Film, ich habe hinzugegeben, ich glaube, seit damals nicht mehr geguckt. Der Film ist in schwarz-weiß und hat eine Besonderheit. Es ist nämlich ein, naja, ein quasi One-Shot. Also der ganze Film wurde in einer einzigen Einstellung gedreht. Sprich, es gibt keine Schnitte im Film. Klar wurde hin und wieder mal getrickst, wenn dann, keine Ahnung, die Rolle in der Kamera gewechselt werden musste. Dann wird einfach mal schnell so nah an irgendwas, an eine dunkle Fläche herangesoomt, an einen schwarzen Anzug oder sowas. Und dann wird ihm einen kurzen Schnitt untergebracht und dann wird gewechselt. Aber prinzipiell kommt der Film ohne Schnitte aus. Was, ich glaube, vor die damalige Zeit schon eine krasse Leistung war. Es geht um zwei Männer, Angehörige der, in Anführungszeichen, gehobeneren Gesellschaft. Und der eine der beiden hegt so, naja, ich würde sagen, so Überlegenheitsfantasien. Er ist sehr davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen von Natur aus überlegen sind und ist auch der Meinung, dass es durchaus gerechtfertigt ist, wenn diese höher gestellten Angehörige der, aus seiner Sicht, niederen Gesellschaftsschicht einfach mal umbringen. Und er ist auch in der Überzeugung, dass er den perfekten Mord begehen könnte. Und um das zu beweisen, bringt er mit seinem Freund zusammen einen weiteren Kumpel, den er als niedergestellt ansieht, einfach um. Und um zu beweisen, dass er den perfekten Mord begehen kann, schmeißt er eine Cocktailparty bei sich zu Hause. Und sie deponieren die Leiche in einer Truhe und drapieren das Buffet direkt auf dieser Truhe. Und quasi eine Party zu veranstalten, während die ganze Zeit diese Leiche mitten im Raum, in nächster Nähe von allen Gästen, quasi versteckt ist. Das Ganze gipfelt noch darin, dass sie eben diesen Inspektor mit auf der Party haben. Ich weiß gar nicht, ob sie den auch mit einladen oder ob der aus anderen Gründen mit da ist. Aber auf jeden Fall befindet sich eben noch dieser Inspektor mit auf der Party, der aus verschiedensten Gründen Verdacht schöpft. Und dann während diese Cocktailparty da stattfindet, dann die beiden so ein bisschen aushorcht und versucht rauszukriegen, warum die sich so komisch verhalten. Der zweite im Bunde ist eben nicht so ein abgebrühter, eiskalter Killer wie der erste. Und der verrät sich eben immer wieder mal, indem er sich verhaspelt oder indem er eben nervös wird oder so weiter. Wo dann der Inspektor dann nach und nach eben Verdacht schöpft und auf die Schliche kommt. Dazu kommt noch, dass die Haushälterin die ganze Zeit um die rumwuselt und dauernd an dieser Truhe und am Buffet rumhantiert. Und ich glaube an einer Stelle auch mal, dass sie die Tischdecke wechseln möchte oder irgendwas aus dieser Truhe rausnehmen möchte. Und die versuchen sie dann immer die ganze Zeit davon abzuhalten, in diese Truhe reinzuschauen. Und außerdem führt hier Krimineller Nummer eins, führt die ganze Zeit mit den anwesenden Gästen hochphilosophische Gespräche über seine Theorien, über die Überlegenheit bestimmter Menschen und ob es denn gerechtfertigt sein kann, in unter gewissen Umständen Morde zu begehen und versucht seine Theorien irgendwie zu bekräftigen. Und also während er vor seiner ersten Leiche steht, philosophiert er mit den Anwesenden über Mord. Das ist so das, was ich noch weiß von der Handlung. Das ist echt schon ein bisschen länger her. Aber prinzipiell ist das eine echt coole Kriminalstory. Eben gerade durch diese skurrile Ausgangssituation, dass die da eben diese Party feiern, während die ganze Zeit die Leiche im Raum ist. Übrigens, als wir damals das Theaterstück gemacht haben, hat der, der die Leiche spielen durfte, hat sich während der ganzen anderthalb Stunden des Stücks unterm Tisch versteckt, in einer Truhe. Nochmal Respekt dafür. War eine coole Nummer. Ansonsten kann man sagen, natürlich, es ist ein Alfred Hitchcock-Film. Das heißt, spannend ist das Ganze auf jeden Fall. Man muss sich natürlich auf ein bisschen langsames Erzähltempo einstellen. Das ist bei so alten Filmen eben so. Aber die Art und Weise, wie dieser Inspektor dann so langsam, aber sicher die Wahrheit aus den beiden rauskitzelt, ist schon geil gemacht. Und durch die Tatsache, dass der ganze Film eben ohne Schnitte gedreht ist und immer die Kamera so den Akteuren hinterherläuft quasi, ist schon ein richtig cooles Stück Film. Sollte ich vielleicht wirklich mal wieder gucken. Es ist jetzt wirklich schon, ich kann schon sagen Jahrzehnte her, dass ich den gesehen habe. Das war Türchen Nummer 3. Na, läuft doch, siehste. Also, dann hören wir uns morgen zu Türchen bzw. Gruschtler Nummer 4. Bis dann dann. Tschö.